Hallo liebe Steinbockfrau, lieber Steinbockmann, hier ist die Inball von Inballstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 1. bis 15. April aussehen wird. Das ist für die erste Monatshälfte. Beachte bitte mal auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen. Okay, Sonnenzeichen bringt nichts, bringt nichts. Du resonierst, weil es dein Sonnenzeichen ist, weil es die Ist-Situation ist. Aber was wirklich geschehen wird, das erkennst du am Mond, Venus und Aszendenzzeichen. Okay, unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen und den Link zu deiner Jahres- sowie Monatslegung. Also Jahreslegung 2020 und Monatslegung für April. Außerdem sind meine Social Media Accounts ebenfalls unten verlinkt. Okay, starten wir mal. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Außerdem nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. So, schauen wir mal. Geben wir bitte ein Bild zum Liebesleben von Steinbock vom 1. bis 15. April bitte. Ein Bild bitte. An die, die neu sind, ich arbeite bei intuitiven Legungen immer zuerst mit inneren Visionen und gehe dann zu den Karten über, okay? Nur die Tageslegungen sind nicht intuitiv. Also schon intuitiv, aber nicht mit vorrangigen Visionen. Geben wir bitte ein Bild zum Liebesleben von Steinbock bitte. Vom 1. bis 15. April. Okay, die sagen mir, ich soll die Karten fühlen. Und die Karten fühlen sich plötzlich anders an. Ein Moment. Ich habe das Gefühl, dass ich sie besser unter Kontrolle habe. Und jetzt entgleitet mir da was. Ich habe alles unter Kontrolle und diese Karte entgleitet mir. Also, ist auf Englisch, ihr müsst mir einen Moment geben. In jedem Moment verbündet sich sozusagen das Universum, um mich in Richtung vernünftiges Denken und in Richtung Liebe zu bringen. In jedem Moment vereint sich das Universum, so übersetze ich es sinngemäß, in jedem Moment vereinigt sich das Universum, um mich in Richtung vernünftiges Denken und in Richtung Liebesenergie zu bringen. Vernünftiges Denken in der Liebe. Interessant. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Rider Waite wird uns jetzt hier konkretere Informationen liefern. Geben wir bitte Karten zum Liebesleben von Steinbock. Vom 1. bis 15. April, bitte. War das vielleicht das, oder? Die Karten hatte ich unter Kontrolle und etwas ist mir dann entglitten. Und ich spüre jetzt hier Folgendes raus. Dein Leben wird darauf vorbereitet, dass du in der Liebe loslassen kannst. Du bist ein Erdzeichen, du hast ein Sicherheitsbedürfnis, ein Stabilitätsbedürfnis und ein hohes Stabilitätsbedürfnis und jetzt verbündet sich sozusagen das Universum und stabilisiert alles in deinem Leben, damit du es dir sozusagen leisten kannst, in Richtung Liebesenergie zu gehen. Weil vernünftiges Denken mit Liebesenergie, das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Das ist total konträr. Da, wo gedacht wird, wird, ich würde jetzt nicht sagen, nicht geliebt, sondern, ich würde jetzt nicht sagen, nicht geliebt, sondern, das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun. Es gibt keine Vernunft in der Liebe, das gibt es nicht. Vernunft in der Liebe an sich. In einer Liebesbeziehung, ja, gibt es Vernunft, aber in der Liebe an sich gibt es keine Vernunft. Ihr könnt mir nicht erklären, warum ihr, ja, was kann man sagen hier, habe ich hier was Schönes rumstehen? Ja, und hier, das, hier habe ich einen Duftstein, der duftet nach was, der duftet jetzt eklig, nach Eukalyptus, um meine Atemwege schön freizuhalten, aber eben zum Beispiel der Duft von etwas, wenn ihr das so liebt und es etwas in euch weckt, das kann man nicht erklären, das kann man nicht erklären. Nein, deswegen sind ja, Parfümeure sind Künstler, die gelten als Künstler, Parfümeure, die kreieren eine Symphonie, schaut mal. Darum geht es bei dir in der ersten Aprilhälfte, Stabilisierung, das Wissen, wohin man hingehört, was man will, deine Umgebung, Steinbock, falls dich deine Umgebung, dein Umfeld in letzter Zeit ein bisschen verrückt gemacht hat und hier Ungleichheit bestand und du außer Balance warst, mit jemandem gewohnt hast oder sonst irgendwie nicht gewohnt hast, sonst was, einfach das, was du endlich mal stabilisieren wolltest in deinem Wohnumfeld, das wird bis Mitte April geschehen. Zehn der Kelche. Und da das jetzt geschehen ist, darf die Liebe kommen. Hier die Vernunft, die Beziehung mit einem Rahmen und hier die Liebe. Zuerst der Grundstein und dann eine Statue drauf. Und das Universum verbündet sich regelrecht, um dir das jetzt zu bieten. Es ist jetzt die richtige Zeit. Und es ist halt, du bist Steinbock, du kannst nicht zuerst das haben und dann erst stabilisieren. Du brauchst, du brauchst, du brauchst hier etwas in den Boden gerammt. Du bist kein luftiges Zeichen. Okay? Und es kommt halt auch immer darauf an, was du für Zeichen in deinem Chart hast, aber ich muss halt hier schon generell reden, sonst, joa. Sechster Schwerter. Mäßigkeit. Da ist sie, die Vernunft und die Liebe. Die Vernunft und die Liebe. Vernünftige Gespräche, die dafür sorgen, dass ihr von unruhigen Gewässern hin zu ruhigen Gewässern geht. Das ist die Person, mit der du es eben zu tun hast, Steinbock. Du kommst jetzt hier an einem Punkt, wo du das tun kannst. Hier habe ich vier der Stäbe, zehn der Kelche, dazwischen die sechs. Da fehlt ein Mensch zu deinem Glück. Und dieser Mensch ist hier bei Sechster Schwerter. Du schaffst es mit ihnen, von unruhigen Gewässern hin zu ruhigeren Gewässern zu gehen. Ich glaube, Steinbock, dass ihr einander auf einer anderen Plattform treffen werdet, dieses Mal. Was meine ich damit? Wenn ihr bisher gechattet habt, dann werdet ihr ab jetzt mailen. Spaß. Ich sage manche, Nein, Spaß. Wenn ihr... Sorry. Ich muss ja auch was zum Lachen haben. Gibt es jetzt welche unter euch, die sich denken, yeah, kein Chat mehr, sondern Mail jetzt? Leute, hört auf damit. Ihr habt schon so lange miteinander zu tun. Ihr solltet euch gegenüberstehen. In echt. Kommen wir zurück zu den anderen. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Ich habe vorher einen sehr guten April-Scherz erlebt und ich bin gut drauf. Der war sehr gut. Von einer Kollegin. Also, ihr werdet euch auf einer anderen Plattform treffen. Sprich, wenn ihr vorher nur sexuell verbunden wart, werdet ihr jetzt auf Liebesebene miteinander reden. Wenn ihr euch vorher beruflich gekannt habt und beruflich Kontakt gehabt habt, eine berufliche Beziehung gehabt habt, dann wird es jetzt auf Liebesebene gehoben. So. Ein anderer Plattform, eine andere Art und Weise, sich gegenüber zu stehen. Und hier. Sobald das geschaffen ist, könnt ihr dann von Herz zu Herz sprechen. Ich sage ja, das sind zwei verschiedene Themen. Vernunft wird ums Verrecken niemals was mit Liebe zu tun haben, sage ich euch. Vernunft hat was mit Beziehungen zu tun, ja, aber nicht mit Liebe. Nicht mit Liebe. Und die Sache ist ja eben, ich sage ja, das Universum, die Energien um dich herum verbünden sich, um diesen Moment hier schaffen zu können. Diesen Moment, wo ihr zwei es schafft, friedlich zu reden. Nach den Fünfters Schwertern, nachdem ihr auseinander getrifftet seid, weil Fünfters Schwerter hat mit Ego zu tun. Wegen dem Ego geht man nicht aufeinander zu und auf beiden Seiten hat Ego geherrscht, man konnte nicht aufeinander zugehen und schaut mal, jetzt verbückt ihr eure Köpfe regelrecht vor der Liebe. Weil es jetzt einfach sein muss. Zwangsverheiratung da drüben. Spaß, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr seid beide an einem Punkt, wo ihr euch vor der Liebe verneigt und genau dann findet ihr zueinander und könnt miteinander vernünftig reden. Vorher standen eure Egos im Spiel. König der Schwerter, die Vernunft jetzt. König der Münzen. Und hier wird jetzt die Beziehung aufgebaut. Ich sehe dich hier jetzt, Steinbock, dein Vernunft hier einschalten. Also der ist ja schon eingeschaltet, aber jetzt in diese Richtung auch lenken. Vorher konntest du dir nicht leisten, dir konkrete Gedanken über das Liebesleben zu machen, weil das hier noch gefehlt hat. Du musstest dein Lebensumfeld so einrichten, wie du es haben möchtest. Und jetzt erst siehst du dich als Liebesbeziehungspartner. Hast du dich als Businesspartner gesehen? Oh ja, wählerisch sogar warst du. Aber in der Liebe hast du dich nie als den gesehen, der eine feste Beziehung momentan anbieten kann. Aber jetzt siehst du es. Also schaltet sich hier der Stratege in dir ein und überlegt jetzt, wie kann ich diese Liebe hier zu diesem Menschen zu etwas Festem transformieren. Erste Karte, letzte Karte. Hier finden Gespräche statt. Ihr findet zueinander hier und ja. Ich werde jetzt hier folgendes tun. Ich werde mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr sein wird. Und diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was du, Steinbock, noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.